moin moin und willkommen zu einer neuen runde the british forces ja ich habe mal wieder ein bisschen pause mir noch genommen bisschen zeit mir noch genommen ich brauchte das einfach noch ein bisschen ich war einfach total ausgebrannt ja schauen wir mal wie ich ja schon meinte ich weiß jetzt im moment noch nicht so genau wie ich jetzt weitermache wie das jetzt genau mit der frequenz der folgen aussieht aber naja ich würde einfach sagen lasst euch überraschen schauen wir mal so wir sind auf jeden fall jetzt als sowjet unterwegs wir sind im 3v3 unterwegs mit einem briten und einem usa spieler mit pyra 86 als brite der hier oben bei uns ist und dann haben wir noch ein ja us aller keine ahnung was das heißt ich kann es nicht sagen die schrift sagt mir jetzt auch gerade gar nichts vielleicht kann da jemand mal was dazu sagen ja und da haben wir nämlich noch ein fun wir haben nämlich zwei ukwler einmal keine ahnung und core revian plus tab loss truppen als wehrmacht so und ich will auf jeden fall mit einem g hier weitermachen er ist auf jeden fall hier drüben schon zu gange dann geht man da rein das wäre mir ganz lieb so und dann wollen wir mal gucken er unten im süden als ami ist er primär eh eigentlich nur da um zu nerven so kommt mal warum auch gerade so oft total bescheuert habe ich kann ihnen ein bisschen ablernen ein bisschen reicht schon schon kam kommen 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 kom genau so und habt ab aber ihr durch weiter ballern na da was ich natürlich eine schöne position ausgesucht Aber schauen wir mal. Wir haben hier insgesamt eigentlich eine ganz gute Posi. Könnt ihr mal auf den da? Den da, so. So, komm. Hat er das nicht gesehen? Hm. Anscheinend hat er das nicht wahrgenommen. Hm. Nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. So. Jetzt gucken wir mal. Da haben wir auf jeden Fall schon mal so. Halbwechselvorteil. Aber irgendwie, irgendwas fehlt mir hier. Muss ich sagen. Irgendwas fehlt mir hier. Hahaha. Muss ich schon mal sagen. Ja, komm. Damit sich das MG da einmal aufbauen kann. Danke. Danke, danke, danke. So. Er hat sich hier auf jeden Fall so weit aufgesetzt. So. Gucken wir mal. Jetzt haben wir hier auch nochmal einen Mörser am Start. Der wird sich jetzt mal hier rum kümmern. Der da rum kümmern. Hauptsache, wir haben unseren Treibstoffpunkt behalten. Das ist die Hauptsache. Okay. Heilung erstmal. Jo, und dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Hm. Da unten kommt er jetzt. Habe ich mir sogar auch schon fast gedacht, dass das passieren wird. Aber ist schon okay. Ah ja. Ist schon okay. So. Jetzt können die sich mal verziehen. Der ist jetzt auch da. Na. Wo sind sie? Wo sind sie hin? Oh. Wieso sehe ich hier nichts? Finde ich interessant. Das finde ich sehr interessant. Na gut. Dann holen wir uns nochmal ein zweites. Aha. Ein Geran. Okay. Okay, okay, okay. So. So nicht, du Arsch. Hm. Ähm. Okay. Wieso ist denn jetzt schon einer raus? Was ist denn das für ein Quatsch? Na, der kommt jetzt hier ran. Der kommt jetzt hier ran. Nee, doch nicht. Okay. Ich dachte, der will da jetzt ran. Nun gut. Hm. Okay. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so ein Problem sein wird. Aha, 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 aha. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ah, haut mal einfach da mit rüber. Das MG sollte auf jeden Fall mal da hin. Und die auch da mit hin. Na? Na? Da ist soweit nichts. Na gut, egal. Der kann mal hier so hin. Der kann da so mal, genau. Da, 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 da. Einmal ganz schnell weg. Hallo? Was machst du da? Naja. Bastschau. Bastschau, bastschau, bastschau. Solange der mal... Ah. Jetzt tut da nichts. Drumgelaufen. Ziemlich dumm gelaufen. Ah, das war wirklich ein bisschen blöd. Aber geht noch. Geht noch, geht noch, geht noch. Oh ja. Komm schon. Komm schon. Ah, dann braucht die. Komm schon. Hallo? Ah. Jetzt bewegt er sich. Jetzt verwagt er sich. Dun, 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 dun. Na, der läuft jetzt einfach hinterher. Egal. Tschüss. Du hast jetzt auch nicht viel machen können, Freund der Sonne. Aber ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Jetzt geht er hier weiter vor. Ah, da müssen wir auf jeden Fall Acht geben, dass er da nicht durchmarschiert. Ah, 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 da oben. Der Elbin. Ah. Der sollte mal hier aufbauen. Der braucht noch einen Moment. Tö, 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 tö. Was ist denn jetzt das blöde MG? Das wäre nochmal interessant zu wissen. Ha, ha, ha. Einmal da. Bin mir nicht sicher, wo der ist. Okay. Da oben ist auf jeden Fall einer. Ah, guck mal hier. Den haben wir doch schon ganz gut ein reingewirkt. Auf jeden Fall. So viel dazu. Ah, das ist die KI. Ah, okay. Das war die KI. Na denn. Na denn, na denn, na denn. Einmal da. Einmal da. Du musst weiter da. Ah. Hörst du mal auf damit. Ah. Was wird denn das hier? Hm. Hm, 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 hm. Schön über den Rand. Genau. Ja, da ist das scheiß MG. Wusste ich's doch. Bo, 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 bo. Da unten ist es. Äh. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da unten ist jetzt auch schon ein Fahrzeug. Die sollten sich mal verziehen. Okay. Das hört sich so an. Ich bin mir grad nicht sicher, wo der jetzt hin will. Na, ist auch grad erstmal egal. Ah, doch, da ist er. Da ist er. Wusste ich's doch. Ah, da müssen wir mal draufhalten. Autsch. Okay. Ah. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jetzt kommt er da hin. Na, komm. Da haben sie uns jetzt gerade ein bisschen blöd erwischt. Ja, das wird nix. Das wird so nix. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal auf die nächste T-Stufe. So. Und dann haben wir mal Soviet-Industrie mal genommen. Ich glaube doch schon, dass das jetzt ziemlich mit das Beste sein wird im Moment. Hm. Aber finde ich gut, dass die anderen nicht einfach so aufgeben. Das finde ich sehr gut. Äh. Müssen wir aber auch wieder Gas geben, nach vorne zu kommen. Hm. Bin sogar grad am Überlegen. Eigentlich müssten wir mal hier ein bisschen umsetzen. So. Damit wir mal unseren Treibstoff-Pool ein bisschen kleiner werden lassen können. So. Oh, die KI geht schon wieder hier ran. Ha, 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 ha. Okay. Das hört sich doch schon mal gut an. Dann holen wir uns mal ein T-70. Okay. Soweit alles gut. Da sollten wir eher nochmal gucken. T-T-T-T-T-T-T-T. Hm. 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 Ja, die Richtung würde ich sagen. Okay. Das hat er. Er liegt klar. So. Jetzt kommt mal wieder ran hier, Jungs. Hm. Das sieht soweit gut aus. Da auch. Jetzt müssen wir nochmal... Oh, da. Irgendwas kommt da. Irgendwas tut er kommen. Irgendwas tut er kommen. Oh. Ganz viele Truppen. Ganz viele Truppen. Äh, der ist auch ein Problem. Aber gerade sind die eher ein Problem. Ah, wobei... Der Steward, der wird das schon ganz gut aufräumen. Also können wir doch eher hier rüber. Ja. Gucken wir mal. Bin dann mal gespannt, ob das durchgeht. Und eigentlich sollten wir uns mal das Ding hier holen. Ah, guck mal. Da kommen sie doch schon. Da kommen sie doch schon. Dum, 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 dum. Na. Na, 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 na. Gibt's ja wohl nicht. Hm, 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 hm. Soweit alles gut. Ah, jetzt kommen von da unten noch welche. Und hier ist auch Panzerabwehr. Na, der ist schon ziemlich... Boah. Weit vorne, wollte ich eigentlich gesagt haben. Okay. Okay. Na gut. Moment, geht das noch gerade? Hm. Ja, das mit dem Treibstoff, das war gerade ein bisschen... Äh, Treibstoff soll ich schon... Das mit dem... Mit dem T-70 war gerade ein bisschen ungünstig. Muss man sagen. So. Dieser blöde Mörser geht mir auch ein bisschen auf den Sender. Ja. Die hat er gut... Die hat er richtig gut runtergejagt. Keine Chance gehabt. Hm, 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 hm. Einmal da rüber. So. Haben die eigentlich das einnehmen können? Hab ich das? Ja. Alles soweit gut. So. Und... Kadushas und Konsorten. Die brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Und vielleicht mal hier hinten Sicht. Das wäre auch nochmal ganz geil. Die könnten da nochmal nachrüsten. Er ist ja immer noch da. Interessant. Können wir einfach raufhalten. Ah, die kommen jetzt gleich zum Nachrüsten. Er zieht sich auch nicht zurück, ne? Er schießt doch gar nicht. Kann das sein? Doch. Jetzt schießt er. Doch, 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 doch. Na, na, na. Na, na, na. Können wir lieber mal beide zurückziehen. Das gibt's auch nicht. Der kriegt die auch nicht... ...au nicht klein. Ja, jetzt sollten wir uns lieber mal eben zurückziehen. So, Kadusha. Dann wollen wir mal sehen, was das wird. Oh, 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 oh. Kommt der durch? Sieht ganz gut aus. Ah, doch, der kommt durch. Dim, dim, dim. Ja, das gibt's nicht. Hat er noch abwerfen können? Ich glaub nicht. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber egal. Wir ziehen jetzt erstmal wieder ran. Ich muss sagen. Dafür, dass sie zu zweit sind. Also, mir gefällt's, was sie machen. Definitiv. So. Kadusha ist gleich soweit. Ja, Treibstoff ist jetzt unser Problem. Ja. Das war jetzt aber auch nicht unbedingt so geil mit dem Valentine. Hm, na ja. Können wir nix dran ändern. So. Hängt doch immer noch da. Das ist doch nicht wahr mit dem, ey. Ja, ich doch nicht wahr. So. Machen wir nochmal gucken hier. Den können wir auf jeden Fall da mal. Den mal da. Der. Geht jetzt einfach mal. Ähm, ja. Okay. Okay. Das ist jetzt gerade ziemlich dumm gelaufen. Ziemlich, ziemlich dumm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na, komm. Die sollte er wohl nicht bekommen. Zumindest glaube ich, dass... Och. Das gibt's nicht. Na, du Sack. Na, noch hat er ihn nicht. Noch hat er ihn nicht. Nein, er hat ihn immer noch nicht. Puh. So was von knapp. Das war jetzt richtig knapp. Alter Schwede. Da musste ich jetzt mal... ...das gute Stück retten. Da musste ich mal das gute Stück retten. So. Einmal bitte alle nach vorne. Ah, okay. Und er geht auch wieder runter. Das geht mir ein bisschen... Oh, Treffer. Voll die Mörser erwischt. Und einen von dem MG. Und einen von denen. Mäh. So ein Dreck. Ah, das ist gut. Danke. Danke, danke, danke. Eieieiei. Das hat wehgetan. Das hat echt unnötig wehgetan. So, jetzt kommen wir doch bitte mal wieder nach vorne. Okay. Jetzt geht's aber auch hier richtig rund, was Artie angeht. Aber egal. So. Wollen wir mal gucken. Okay. Interessant, was der hier inzwischen alles zu stehen hat. Interessant, interessant, interessant. Kannst du mal da mithelfen? Ich würde auf jeden Fall da weiter zumachen. Na, gucken wir mal. Na, einfach weitermachen. Hier, bitte. Länge. Flammenpanzer. Ja, nö. Grad nicht. Grad noch nicht. Ah, jetzt kommt er wieder hier hin. Jetzt kommt er wieder hier hin. Nö. Er bricht ab. Zack. Jetzt habe ich nicht aufpassen können hier. Na, na, na. Na, 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 na. Lass das mal. Einmal nochmal Sicht. Ah. Okay, er hat sich aber auch zurückziehen müssen. Okay. Jetzt ist nur die Frage. Wo können wir unseren Panzer hinziehen? Ihnen stehen jetzt weitere Ressourcen zur Verfügung, Kommander. Oh, 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 oh. Da ist das Ding. Das ist so ein kleines Problem. Das ist so ein klitzekleines Problem. Na. Dankeschön. Ei, 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 ei. Schön weiterballern hier. Kadusha ist soweit auch safe. Noch. Hahaha. Na, da kommt jetzt sein Dings. Müssen wir ein bisschen Acht geben. Da müssen wir ein bisschen Acht geben. Ja, 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 ja. Ist okay. Fuck it. Nein. Ah, okay. Das hat aber nichts von uns erwischt. Wenn ich das richtig sehe. Ah. Oh, das Ding ist ja sogar durchgekommen. Na, wenn wir den auch noch kriegen würden, wäre das super. Na. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Einmal nochmal Sicht holen hier. Okay. Schön da weiter draufziehen. So. Ist tatsächlich durchgekommen. Nice, nice, nice. Ah, zieh mal eben hier lieber hin. Ah, wobei, wir brauchen dich schon hier. Wir brauchen dich grad hier. Hm. Jetzt geht mir grad ein bisschen auf den Sender hier. Ah, jetzt kommt er hier ran. Jetzt kommt er hier ran. So, gleich noch einen ranholen. Gleich noch einen ranholen hier. Hahaha. Oh Gott. Das ist jetzt ein Riesenproblem. Ja, aber echt Glück gehabt. Dass er uns hier nicht wirklich getroffen hat. Hm. Jetzt bin ich mir schon gerade gar nicht mehr so sicher. Oh, doch, er hat getroffen. Aber nicht alles. Ja, wir müssen weg. Müssen wir nochmal weg. Ah, 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 ah. Einmal nochmal hier rüber. Hm, 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 hm. Den Eimer hier hin. Ui, die setzen uns sogar richtig noch zu. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Na gut, wir haben auch im Moment primär nur... Dingens. Ähm, sagt mal schnell. Ah. Ne? Im Gees und Kiwi und Paar und Po. Ach, schaut mal. Das sieht doch jetzt so weit... Gar nicht so schlecht aus. Wo ist denn die Pack? Da ist sie. Wenn die weg wäre... Dann wäre ja schon mal... Schon mal ein Riesenproblem vonstatten. Ah, ein bisschen aufpassen hier. Seiner scheiß Pack. Wobei wir gerade... einen ganz guten Moment hätten. Wir haben schon. Na, lieber nicht. Lieber nicht. Oh, nicht getroffen. Wieder mal. Gut für uns. Puh. Jetzt ist nur die Frage. Kannen wir das jetzt so aufrecht halten? Ah. Ah, da drückt jetzt aber noch einer. Hier geht irgendwo was runter. Mal Treibstoff ranholen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ah. Reicht noch nicht ganz hier. Reicht noch nicht ganz hier. Oh, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. KV. KV wäre vielleicht wirklich gar nicht so schlecht. Ah. Ah. Solange wir hier ein bisschen die Übermacht haben, dürfte das da sogar einigermaßen klar gehen. Die haben wir gerade. Also jetzt im Moment zumindest. Da nochmal. Und da nochmal. Der ist schon wieder nicht durchgekommen. Leider. Leider, leider, leider ist der schon wieder nicht durchgekommen. Ah, da war jetzt gerade der Sturmtiger. Füt, 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 füt. Der ist mir jetzt aber gerade ziemlich wumpe. Also jetzt im Moment. Machen wir es gerade ganz gut. Mal den vielleicht einfach mal ein Stück zurückziehen. Wir müssen nicht direkt an der Front rumgammeln. Ja, er ist da drauf. Er ist da drauf. Einfach nur wieder so ein Bla, Bla. Ja, ja, ja. Bla, 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 sag ich da nur. So, holt uns nochmal Sicht ran hier. Das wäre mir nochmal eine ganze Lipp. So, einmal nochmal hier. Okay. So, nicht mein Freund. So, nicht. Hm, ich warte gerade eigentlich nur auf seinen blöden Sturmtiger. Na, mein Freund. Lass du das mal. Ah, ein Panzer hat er erwischt. Na, nee. Das wird so nix. So, Panzer sind zu weit hinten. Aber gut wäre, wenn wir das einnehmen könnten. Hm. Einnehmen wäre ganz supi. Wir haben echt inzwischen ganz schön viel Extrem Manpower über. Oder was? So. Der Flieger. Wollte ich schon gerade sagen. Na, hier rüber mal. Hm. Einmal da so rüber heizen. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. So. Was ist denn der jetzt? Oh. Nee. Hä? Ich weiß nicht, wo der ist. Na, na, na. Na, 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 mein Freund. Und? Treffen die den überhaupt? Haben wir gerade gar nicht so sicher. Oh, oh, oh. Ah, das nervt, wenn wir hier immer zwei Gruppen haben, die unterschiedlich bereit sind. so, der scheint getroffen zu haben. Ah, guck mal da drüben. Danke. Okay. 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 Problem. Riesenproblem. Ouch. Riesenproblemski. Ja, das bringt auch nix. Das bringt auch nix. Das bringt auch nix. Ja, wir sollten mal eben einmal die beiden als eins machen. Die beiden. Na, na, na. Na, na, na. Freund der Sonne. Äh, okay. Autsch. Scheiß Panther. Der scheiß Panther setzt uns jetzt dann doch gerade ganz schön zu. Ah, komm. Einmal hier hinten sammeln. Oh, wir haben gar keine Pios mehr. Puh. Okay. So langsam müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier geregelt kriegen, ha? Okay. Da hinten ist auf jeden Fall was Nerviges. Da so. So. Könnt ihr jetzt einmal bitte durchreparieren hier. Vor allen Dingen wäre das ganz super, wenn ihr mal aufhören würdet. Immer so hin und her und so. Okay. Er will jetzt also da aufbrechen. Finde ich eine gute Idee. Und als nächstes werden wir uns jetzt mal eine SU holen. Ich hoffe, er hat den Treibstoff umgesetzt. Gegen Futter da auf jeden Fall nicht mehr. So. Ja, jetzt drückt mal die Daumen. Drückt mal die Daumen. Haben wir noch nicht alle repariert hier. Ja, vielleicht mal auf den KW statt einer SU. Ne, 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 eine SU ist schon ganz okay, glaube ich. Tö, 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 tö. Das ist jetzt aber schon mal wieder frech hier. Ganz schön frech hier. Mal eben weg. Habe ich jetzt gerade gar keine Lust drauf. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Wo war der jetzt? Hier? Da. Okay. Hau mal rüber da. Hau mal rüber da. Da vorne hängt er jetzt. Das ist auch extremst nervig. Aber bin jetzt gerade echt am überlegen, wie man das jetzt noch schlau machen kann. Ah. Ah, das bringt mir leider nicht so viel. Ah, gut. Solange er da mit dem Ding nachzieht. Gucken wir mal. Einfach mal auf den Panther raufziehen. Kommt schon. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ah, guck mal. Einfach jetzt hinterher. Ah, sehr gut. Ah, sehr schön. Den haben wir. Jetzt müssen wir den nur noch erwischen. Komm, schön. Ja, das sieht doch gut aus. Na? Kommst du etwa noch weg? Nein. Du kommst nicht mehr weg. Ah, jetzt müssen wir hier allerdings noch mal kurz aufpassen. Tö, 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 tö. So. Na? Der Angriff war gut. Besser als erwartet. Kannst mal eben die da wegmachen, bitte. Hier gehen wir gerade sowas von auf den Sender. Unglaublich. so, ist gut. Trifft es gerade eh nicht. Genau. Ach. Okay. Wir haben nun Zugang zu weiteren Schlagzeitsoptionen. Jetzt ist es vorbei. Da haben sie aufgegeben. Und bumm. Da ist noch mal was hochgegangen. Ja, so muss das sein. Geht doch. Auch wenn der eine schon viel zu früh raus ist für meinen Geschmack. Aber naja. Kann man auch nichts dran ändern. Jo, ja. Aber das war doch jetzt gegen Ende ganz gut. Da haben wir sie dann doch noch gut aufbrechen können. Na, haben eine gute Situation gehabt. Und damit hat es dann ja, geklappt. Waren wir nicht sicher, ob das so klug war da dann anzugreifen mit einem Panther oder nicht. Aber doch. Das war definitiv das Richtige. Nun gut. Dann sehen wir uns dann bei der Punktekarte wieder. So, da sind wir dann jetzt wieder mit der Punkteübersicht oder mit der Matchstatistik. Und ja, interessant. Interessant. Wir haben sieben Fahrzeuge mit der Kadius schon mal wieder erwischt. So immer wieder faszinierend, was man damit alles treffen kann. Und vor allen Dingen, wir haben ganz schön viel getankt mit unseren Panzern. Zwei verloren. Allerdings haben wir auch ein bisschen was kaputt gekriegt. Und interessant. 22.222 Schaden gemacht. Geil. Nicht ganz so viel tot bekommen. Bisschen was verloren. Aber geht schon. Ja. Hm. Die KI, ne? Da kann man nicht viel zu sagen. Ich hab aber auch nicht verstanden, warum der raus ist. Ich mein, letzten Endes, dass er da auf der Seite nicht unbedingt da irgendwas reißen kann, das ist klar. Aber, hm. Naja. Ja, aber hätte ich auch nicht gedacht. What? Die haben keinen Schaden gemacht. Krass. Weil sie die ganze Zeit versucht haben zu schießen. Ähm. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das da mit einem T-34-Trupp da so gut passt. Also, toi, toi, toi. Kann man nicht anders sagen. Ja, die haben sich auf jeden Fall gegen Ende doch gelohnt. Ja. Nun gut. Dann sind wir jetzt damit erstmal am Ende der Folge angekommen. Und eine Sache wollte ich dann jetzt nochmal anreißen. Ähm. Zum Thema aufnehmen und ob man nicht da irgendwie mal zusammenzocken könne oder sonst irgendwas. Ähm. Aktuell würde ich sagen, keine Chance. Muss ich euch leider enttäuschen. Ich meine, ihr habt es mitbekommen. Momentan hadere ich mit mir selber überhaupt, das, ja, hinzubekommen. Dementsprechend muss ich da jeden, der jetzt momentan sich da so ein bisschen Hoffnung drauf macht, klip und klar sagen, sorry, aber seien wir realistisch. Im Moment nein. Ähm. Ich werde aber auf jeden Fall noch, äh, wieder irgendwas, was speziell darauf gezogen ist, äh, machen. Nur, das wird dann auch angekündigt sein. Nur momentan mit mir COH so privat auch dann zu spielen, keine Chance. Da ist halt für mich dementsprechend, ja, Stress bedeutet, wenn ich halt das Spiel irgendwie anpacke. Also Leute, nochmal. Ähm. Ich hab's zwar auch viel nebenher gespielt, aber inzwischen tue ich's nicht mehr. Inzwischen tue ich's eigentlich nur noch bei den Aufnahmen. Und dementsprechend abgesehen von den Aufnahmen momentan irgendwie COH zocken, mh, keine Motivation, ehrlich gesagt. Absolut keine Motivation, weil wenn ich dann COH spiele, dann würde ich dann, wenn, auch aufnehmen. Und da muss ich wiederum zu sagen, wenn ich aufnehme, kann ich mich nicht noch drum kümmern, dass irgendwie ich mich dann bei denen oder denen oder denen melde, dass es dann irgendwie klappt. Und wenn's mich so schön stresst, mit denen aufnehmen. Also sorry Leute, da müsst ihr momentan halt einfach nachvollziehen, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, äh, um sonst mit anderen Leuten noch zu spielen, ist eben halt immer noch über die Steam-Gruppen. Zum anderen, ähm, hat Jaco auch schon in den Comments, äh, angerissen gehabt, äh, von wegen hier, ne, kommt mal her und meldet euch und so und dann kriegen wir vielleicht schon was hin, weil wir nämlich da einen Discord-Channel für haben. Ähm, soll heißen, da kann man mich auch mal antreffen und dann vielleicht auch sonst was anderes mal spielen, abgesehen von COH, wenn man dann Bock drauf hat, wenn man dann da ist. Also von daher, kümmert euch darum, schreibt ihn sonst einfach mal an in YouTube, Steam, etc. Und dann, ja, schaut, was draus wird, würde ich einfach mal sagen. Und, ja, zum Thema mit mir, ich kann es nur noch mal sagen, ich werde momentan ein bisschen COH, naja, was heißt zurückfahren, ich weiß momentan nicht, was ich wirklich mit COH machen will. und da ich, wie gesagt, momentan, wenn ich COH mache, dann eh aufnehme, ja, ne, muss ich mir halt was überlegen. Nun gut, nun gut. Soviel auf jeden Fall jetzt erstmal dazu, ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt, wir sind nämlich jetzt am Ende angekommen und, ja, dementsprechend hoffe ich dann, ja, hoffe ich dann einfach, wenn irgendwie ein anderes Projekt da sein wird, kommen wird, dass sie da dementsprechend auch Unterstützung gibt. Und sonst sehen wir uns entweder da oder im weiteren COH-Spiel. Also, bis denn!